recht herzlich willkommen zur 104 folge vom corbel space programm ja wir sind wieder drinnen und wir können mal gucken was wir als nächstes machen wir wollten mal hier reinschauen mit dem dallas escape war das hier da was wir damit machen wollten aber ich sehe schon da wollten wir nichts machen da haben wir wohl was schon gemacht oder kann das sein hier ist es dann gehen wir dahin das ist der flieger einmal schon heraus gesucht wir haben dort hinten schon einen punkt sitzen und der fliegt jetzt so und dann kommt er da vorbei ach so ok und wenn wir da sind dann machen wir kleiner das war wohl das ziel damals ok dann ist dieses jahr schon gemacht dann brauchen wir glaube nichts machen wie viele tage dauert das 129 das ist also schon erledigt gut dann gehen wir ins space center zurück brauchen wir nichts mehr machen was machen wir dann gute frage gucken wir als erstes mal in unsere aufgaben was haben wir denn hier noch und sein seite vom schiff ist nun hier und zum monden und test mk passion bleibt aber kürben und plant flag ja ich glaube wir machen wir erst mal den hier weg oder wie ist das mit ablaufzeiten das war der erste oder nein deadline 9 jahre 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 tage jahre das würde bedeuten das ist das nächste was müssen wir denn dann machen test mk 16 parachute in complete kürben flying 6 bis 12.000 meter zwischen 300 und 1200 meter 1.000 sek und die geschwindigkeit das müssen wir mal bauen und dann testen wir den parachute also erstmal hoch auf 6 bis 12.000 meter und dann ja dann wollen wir doch mal eine rakete gerade oder hier raus da rein kann man da irgendwas schon was nehmen glaube nicht mehr nehmen wir den machen da den parachute drauf wo waren das jetzt hier so dass er passt war nur testen gerade rein bisschen so gut plus sechs bis zwölf reicht da so was mal gucken triebwerk ist da der stört mich gerade ein bisschen kompakt jetzt mal den auch hier aufgemacht na dann kompakt und dann darüber triebwerk da dran das war oben das ist unten und das denn das passt schon das müssen wir anpacken geht nach unten sind wir doch ein bisschen das ist so so passt ja das müssen wir haben dann wenn ich oder mission flag haben wir eigentlich gar nicht unsere flagge hier die haben wir auch noch gar nicht eingetragen da müssen wir uns noch drum kümmern das ding fliegt hoch das hat ein schirm was wollen wir mehr oder den schirm sommer testen gehen wir doch mal hin oder probieren wir es aus so schub volle leistung und los geht's wie weit wir da kommen gar nicht weit wir haben den schirm mit falschen stage ja das war da nix so ja staging sollte man schon mal machen cut das war es dann ok fliegt sehr interessant machen wir weg stabilisiert sich gar nicht ne das ist ja leer 22 sind wir hochgekommen ja da passiert jetzt nix ne fliegt jetzt runter und explodiert gleich das war ein satz mit x das war wohl nix da ist es gut ist kaputt komplett fehlschlag space center auf ein neues da ist er ne das war jetzt hier falsch ist die frage keine steuereinheit wahrscheinlich ne ich glaube wir müssen das weg machen der kann das oder so den dahin ne da war falsch wo waren das jetzt die bilder sind alle neu ne das ist so eine cone elektrizität da ist er doch wieso ist das jetzt rot geht nicht oder was ist hier noch irgendwo ein teil ah da oben alles klar und wer ist das jetzt der hex gut wo war denn jetzt mein fallschirm wieder elektrik da ist er gott jetzt müssen wir wieder rein suchen so dann kraftstoffmäßig nochmal darunter zwei stück triebwerk das und dann machen wir noch hier so die luftleitbleche daran sind viel zu groß die reichen aus so und dann testen wir das noch mal staging aufpassen müssen wir noch mal ändern so und dann geht's los also voll power vielleicht ne zwischen 6 und 12 und 300 und 1200 meter die sekunde das war das ziel jetzt ist das dann etwas schwierig zu steuern wir müssen geschwindigkeit noch haben okay wir sind auf jeden fall in der passenden höhe aber die geschwindigkeit ist jetzt etwas schwierig ne trudelt ach wir haben auch kein srs an aber da ist keins drin oder so jetzt müssen wir nur gucken dass wir die geschwindigkeit dann hinkriegen jetzt ist doch alles gut oder einmal geschwindigkeit machen 300 und drüber sind wir wieder raus 11 tonne zu hoch wir werden runterfallen mit einer gewissen geschwindigkeit und dann kann man noch auslösen so stabilisierte jetzt auch so hoch jetzt sind wir passend im endeffekt jetzt brauchen wir nur die geschwindigkeit noch fallgeschwindigkeit brauchen wir jetzt natürlich 200 wir müssen aufpassen dass es noch klappt 85 2400 25 da wird nichts und da ist der schade trainer hat also nicht geklappt kann sind fallschirm raus machen und dann mal ein bisschen schneller gut da kommen wir drunter wenn man wasser fehlgeschlagen der versuch so weiß nicht was kaputt gegangen ist es ist noch alles dran und gut geklappt mit cover nichts gebracht 89 punkte sind geblieben so also dann noch mal rein ja was müssen wir jetzt machen damit das klappt ne eigentlich nix ne müssen wir nochmal checken wir machen das nochmal fliegen aber diesmal langsamer hoch das muss ja gehen oder natürlich hier wieder den falschen so jetzt geht's los es sei es an wenn es eins drin ist aber sonst würde es ja nicht angehen oder so höher gewinnen und nicht so schnell fliegen erstmal nur hoch so 157 gott das kommt so ungefähr hin glaube oder jetzt sind wir eine passende höhe wir müssen jetzt nur geschwindigkeit grad noch haben so jetzt sag ich das ding ist gerade nicht passend rausgeflogen doch hat also alles geklappt was wir wollten gut test bestanden das kann hier wieder weg also da ist er höher gewinnen wir noch geschwindigkeit wird jetzt runter jetzt drehen wir uns herum und fallen wieder runter dann hat er bestanden hat er bestanden so jetzt sind tausend meter da müssen wir ein bisschen abbremsen oder wie damit das nicht schief geht oder das werden wir ja zu schnell das werden wir ja zu schnell geht sogar 6.000 nicht dass der schirm uns abreißt das wollen wir jetzt auch nicht wir wollen dass wir alle so recovern oder das wurde leider nichts mehr ok aber das was wir wollten haben wir ja geschafft der test ist soweit bestanden hätten wir vielleicht vollgas noch mehr geben müssen ein bisschen eher dafür war mal zu schnell aber ich hoffe wir haben unsere science punkte jetzt gekriegt das ist alles entscheidende so sieht es aus 92 das reicht wir können also was kaufen dann und das war hier und ja jetzt ist die frage was man nehmen was war das das war hier erstmal die flugteile für ein flugzeug das wollen wir nicht hier haben wir ne few booster und zwei triebwerke sind da noch hier haben wir hier haben wir dieses kleine triebwerk und das ist der tank dazu für so kleine satelliten machen das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht und hier haben wir noch spark liquid fuel engine hier wäre das mit dem umpumpen da können wir dann tanks dran machen und die können umgefüllt werden ein paar tanks dabei dann noch das haben wir hier also das ist für den normalen flugzeugbau teile dafür eine spitze noch dabei und so ok hier haben wir ein hitzeschild von 250 durchmesser ein landebein eine rettungskapsel noch ein fallschirm und landebeiner und hier unten haben wir noch einen adapter noch ein adapter separator und eine docking port ja gut jetzt die frage was war nehmen wollen also ich wäre entweder hier oder da aber das hier das reizt mich jetzt können wir nochmal rausgehen und gucken was haben wir hier zwei touristen rescue oh das ist ein cooles ding den können wir als nächstes machen da haben wir einen piloten mehr ach da sind sogar zwei guck mal den rescue den top ok conduct am da ist ein polar orbit ok da sind einige sachen bei die ganz interessant sind ich glaube wir sollten diese beiden mal gucken dass wir die zusammen retten können dann geht das weiß nicht wo die fliegen das ist die nächste sache ne sind das haben wir denn hier so eine sag schon gehen hier mehr rein crew kapazität ne nur einer gut dann wäre das jetzt erstmal nicht das mögliche dann müsste sie sonst nacheinander machen ok aber das gucken wir dann in der nächsten folge schreibt mir mal was wir machen sollen was ich hier annehmen soll ob ich da was annehmen soll oder wir machen hier erst noch diese eine von den dreien aber das war ja alles neun jahre und hier wäre schon schicker was anderes zu machen denke ich mal ne ok dann würde ich aber erstmal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss